Hi! Der gründeste Blick! Geh in die Kamera! Geh in die Kamera! Ja, das Misstrauen ist gerechtfertigt. Ja, das stimmt. Also... Hi! Da sind wir wieder. Wieder da. Wieder da. Mit dem krassen... Oh, ich bin weg geworden. Wie in das? Man stand da, Freedom Unite. Let's Play. Meine Gültekarte. Groschwert 104. Was? Kannst du mal erzählen, dass der Strobel 104... Nur Groschwert spielt, man. Also... Online... Das sieht sehr rigid aus, was da drin steht. Land der Weben, da steht Doppel-T-Cracks quescht. Weniger als 5 Minuten. 5 Minuten. Ja, da sind halt die richtigen Slayer am Werk. Den haben wir eigentlich erst Spieltill gedacht. Auf unseren Lower Counts. Mit Knochenwaffen. Da hat natürlich mal dieses Aufnahmeprogramm versagt. Kennst du ja das Problem und dann... Ach so, ich dachte, es hat versagt. Ich versuche gerade eine Ausrede zu erfinden. Ach so, damals ist eigentlich ja klar. Da hat sich das Aufnahmegerät... Das waren uns voll aufgeregt. Wir fangen so gut und das sind die ganzen zwei T-Rex. Scheiß Aufnahmegerät halt. Kacke. Gut. Sonst hätten wir das natürlich... Und jetzt kommen... Mehrere Congarala. So richtig viele. So richtig viele. Chip, 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 chip. Bitte. Hast du gegessen? Daniel! Hey Daniel! Moment, ich muss nur Maxi-Drinky mitnehmen. Das ist ja echt süß. Was? Das ist ja... Daniel mit Totenkopf. Das zieht mich vor mich. Hey! Das ist da rumgewackelt. So. Das Problem, wo am Ende vom letzten Part auftreten ist mit... Ich häng mich im Ladebildschirm auf. Im Speicherbildschirm. Also es ist nicht behoben. Sozusagen. Sondern... Es funktioniert einfach nicht. In der... Also nach der Quest funktioniert es nicht. Und ich muss dann im Bett speichern. Hast du alles rausgeschnickt? Ne, ich hab gar nichts rausgeschnickt. Wieso gibt's da nichts? Ich bin auch wieder trinkt auf... Ah ja, dann hat's das. Der spawnt auch dann. Ja, okay. Ist mir egal. Wir sollten lieber aufpassen, dass der Congarala uns das platt macht. Ich kann... Keiner sagen... Aber Congarala ist gut. Den haben wir schon ewig nochmal gemacht. Alter, das fließt ja jetzt echt seit einem Jahr. Oh, das ist ein Moswein. Wie cool. In Moswein gab's den drin nicht mehr. Ne. Ich glaub nicht. Und ab in Fort gab's das noch. So in Porta-Bürfen. Ich kann dich bald umschieben. Ich bin durch... Durchgerannt. Okay. Cool. Ah, wo renne ich hin? Der kommt ganz bestimmt in der Höhle. Zu 100%. Da ist er ja. Ich glaub das... Ich glaub das... Ich hab das wie ich immer cast. Ja, Bullfangos. Die hasse ich am alle meisten. Der Fakt ist Bullfangos größer als der Congarala. Ja, das ist noch so riesen Bullfangos. Ja, ich hab das Bullfango mit. Bullfango, Mann. Ich glaub wir töten erst die Bullfangos. Ja, ich versuch's genau. Wurscht das eine hin. Alter, wie das zielt? Was? 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 Alter, der macht viel Schaden. Doch, jetzt ist tot. Oh, jetzt ist tot. Okay, der macht viel Schaden. Ja, wenn er raged ist auf jeden Fall. Der schon hört mal raged. Der macht jetzt schon mal raged. Das ist das Problem. Ja, wenn er raged wird, wird er... ...verlichten. Ah, das... Ich hab dann vergiftetes Bullfango gesehen. Ja, ich hab's... Ich hab giftort, bitte mal. Ach so. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ach, das ist die von Remobra, oder? Oh, sorry. Ja. Die hat Ultravieh. Ja, das ist das Wofango, tut jetzt trotzdem. Oh Gott. Jetzt geht's ab. So nice. Ja, gute Erfahrungen mit Kongranada. Ich hasse das Vieh. Ja, mach was. Puh, da kriegt er dann spitze Haare, wenn der wütend ist. Gerade die Geratsche die ganze Zeit. Ja, das schon immer. Oh Gott, das ist so ein Block. Habt ihr unser neues Standmikrofon überhaupt schon gesehen? Ich hab extra gekauft. Wenn das halt der Wahnsinn ist, dann weiß ich auch nicht. Der Schelle ist Wahnsinn. Ist uns natürlich wieder nichts zu teuer. So kämpfen wir uns ja. Dauerhaft am Aufnehmen, am Hochladen. Ja. Keine Koschen und Mühen werden da gescheu. Und teures Equip am Start haben. Auf jeden Fall. Du hast irgendwas zerstört. Oder ich hab was zerstört. Auf jeden Fall ist irgendein Bröckelchen weggeflogen. Wie mag denn vergiften, Mann? Los, gib mir Gift. Sein Pilz ist kaputt. Mann. Mann. Mann, der geht jetzt und frisst auch da neu. Der ist tot. Was? 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 Das sind ja mehrere. Die werden alle ganz wenig HP haben. Oder wir sind einfach übergut. Oder das ist natürlich auch möglich. Das ist ja. Muss man immer mit einbeziehen. Das könnte ja auch an uns liegen. Meine Beine. Alter. Ich bin so ungelenkig, Mann. Ist Kongalala das einzige Monster, das nach seinem Tod nur Schaden machen kann? Blongonga auch. Ja, die Affenviecher. Raiyang auch. Blongonga auch. Ich sage ja die Affenviecher. Ja, ich habe sie ja nur wiederholt. Ich mache halt irgendwas. Ja, so behindert. So wie du halt einfach. Ja, okay. Die Zeit, du musst dir das bauen. Du musst irgendwie hier vom Berg springen. Boah, dieses wunderschön animierte Glas. Jetzt. Das, wo überall gleich ausschaut. Ja, absolut. 1 zu 1. Ich folge ja verstecken hier in dem Ding. Das war ein Glück. Es gibt es eigentlich für Gehsten in dem Spiel. Weiß nicht. Gehsten. Gehsten. Winken. Gibt es ein Klatschen auch? Nein, da gibt es Klatschen und ich habe auch gerade geschaut. Boah. Tanzen. Ja. Der Wunsch ist eine Entgegnung. Ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat. Der Wunsch ist ja richtig. Ich mag, dass man den Ding-Games auch aufhört. Ein bisschen. Besser ist jedes Kampfgeschrei hier. Oh, ich habe gerade Affen. 15 Prozent. 15 Prozent. Ja. Das hat eigentlich eine Rüstung. Ein Geried-Ding. Was? Wie viel Rüstung, oder? Ne, was hat die? Fähigkeiten. Alle Abwehr plus 3. Was ist das? Da fehlt ja ein Teil. Das ist nur 4 Teil. Was ist alle Abwehr? Keine Ahnung. Vielleicht die der Resistenz um 5 hoch oder so. Ja. Irgend so was. Guck halt, wenn es so unrealistische Zahlen hat. Ja, die. Ich habe Feuerabwehr 5. Die Kirin-Teile haben 0. Die Rateros haben 2. Und alle Abwehr plus 3 ge 5. Das heißt, es erhöht die Resistenz um 3. Ich habe kein D oder mal. Oh Gott, das höre. Ich sehe gar nichts. Glaubst du nicht? Ja, ich war an der Wand. Ah, an der Wand. An der Wand. Ui, ui. Ganz ruhig, Brauner. Macht jetzt der Furz aufstehen? Ne, das macht nur Doppel-Games. Echt? Äh, der G-Sterne. Oder das Maragd. Oder? Oder das Maragd. Ich weiß es nicht. Deine Beine nicht weh. Meine Beine? Meine Beine schlafen schon voll ein. Du strickst halt aus. Was? Ich bin doch fast tot. Ich fühle mich heilig. Ich habe Angst. Du wirst mich jetzt eigentlich one-hitten. Ja, mit dem Angriff auf jeden Fall. Zu 100% one-hitten. Ich halb mich mal. Mh, schmeckt der Drank gut. Ich habe gerne einen trinken, gell? Mhm. Der sieht richtig delizios aus. Funktioniert er auch lebensvoll, oder? Wie meinst du? Wenn du für Stupen bist. Ja, gell. Es muss funktionieren. Also ich, ich, ich heiße. Ja, ja, das schon. Na, jetzt geht's wieder gut. Nein, das Verstinken gibt's ja nicht mehr. Doch, das gibt's. Nur. Ja, gibt's. Volvidon macht es. Der Rostobo macht es. Der Rostobo macht es. Und... Uragan macht es. Ja. Stahl-Uragan öfter wieder. Normal. Oder nichts. Kannst du normale Bauch? Nee, nur Stahl-Uragan. Der kann nur Flambieren. Und vergiften und einschläfen. Oder vergiften macht aber auch nur Stahl. Keine Ahnung. Ich will vergiften, Mann. Sonst hätte ich das von jeder Artage erwischen lassen. Ja, ja, ja. Versuch's doch erstmal damit. Äh, leider will ich nicht von jeder Artage erwischen. Na, Hiba ist es so, Hiba kann zwar einstecken, aber dafür kann er nicht austeilen. Ach so? Okay. Also zumindest hier in dem Game. Okay. So ein Stil junger krass, oder? So ein Stil richtig krass. Da teile ich aus, Alter. Da wächst kein Gras mehr, wo ich austeile. Das hat sich jetzt irgendwie komisch angehört. Der Betonung auf Gras. Da wächst kein Gras mehr, wo ich austeile. Du bist der Dealer mit Gras, ja. Das war grad... Das war grad voll genial aus dem Kontext. Das ist ja... Außen einfach. Der stirbt. Jetzt ist er tot. Ich will den vergiften, bevor er stirbt. Kann ich sagen, hey, mein Geld hat irgendwas gebraucht. Alter. Hier 보고 ich jetzt mal rein. Oh nein! Hier sehen Sie dann richtig an. Die Jungs portrayts mich richtig richtig an. Oh man... Wohohoho. Malti Affensohn zu Malti, von Ville. Schrebt er sich. Ja, gestimmt mich echt. Gegen Kongalala zu sterben. Oh, wir haben vergiftet, finally. Kann ich klar abgeben, das war alles klar. Achso, ja klar, das muss ich natürlich. Teamarbeit. Teamarbeit oder sowas. Scheiße. Teamarbeit. Wo ist er denn? Ach, da oben. Kirsten von Zahra. Musste das jetzt sein, oder? Musste das jetzt sein. So, ausbeuten wird man auf die Kreis. Auf die... Ich drück so X, er geht so hoch. Was macht er da? Steht behindert? Also ich beute extra nicht aus, weil ich's nicht wirklich... Hat er nicht verliebt? Ja, ich hab's nicht verliebt. Kann man dann sterben? Ich seh, er springt auf mich zu. Er hat mich niemals erreicht. Er hat mich niemals erreicht. Er hat mich niemals erreicht. Und ich... Ich bin behindert. Und rolle ihm ins... In den Reihen, alter. BAM! Stupid. Ich hab's nicht verliebt. Wir haben wahrscheinlich erst voll kurze Zeit. Ich weiß nicht, die... Was haben wir? Haben wir irgendeine Quest? Kurze. Also jetzt darfst du nicht speichern. Ja, ihr darfst nicht speichern. Sonst hängt sich die... Geschichte wieder auf. Das ist nicht gut. Gut. Na, geht's, oder? Ja. Weil es blickt ziemlich auf. Nice, okay. So geht's. Das hast du schon vergessen. Eigentlich brauchst du die Quests ja nicht. So ist das nicht. Wenn ich dann hole mir deine save, dann habe ich auch alles zurück. Scheiss egal. Haben wir ja irgendeine Quests, die kurz ist? Vielleicht nochmal eine Quests, wo man 10 Minuten schaffen kann? Ich wollte gerne wieder irgendeinen schlechten Diss rauslassen. So kurz in dein Penis, oder? Ja, ich weiß nicht, wenn ich immer das Penis, soll ich sagen. Die ist ziemlich kurz. Die ist ziemlich kurz. Ja, also Raserrass ist das einzige, was noch offen ist. Das dauert viel zu lang. Ja, das glaube ich auch. Hm, sonst nicht. Also hier halt noch. Dann geht's halt dann weiter bei der grünen. Dass man sich das tief in den Charme machen. Das ist ja dann High Rank. Was ist denn da? Diadrom, Buldrom, zwei Velocidrom. Komm, das mach mal schnell. Schnell. Zwei Velocidrom, schnell. High Rank. High Rank, Velocidrom. Schauen wir halt den Time. Wir können ja theoretisch eine halbe Stunde machen, aber... Ja, den Sound und dann fällt halt... Also das einzige, was passieren kann, ist, dass halt die Kamera ausfällt. Dass wir auf einmal weg sind. Die Kamera ist der größte Bullshit, aber... Ja. Unsere wunderschönen Stimmen. Das muss ja ein Traum sein. Ja, du hast das erste Zeug mit dem. Ich weiß immer nicht, wo ich hingucken soll. Also wenn ich nicht im Bildschirm gucke. Ich gucke immer im Bildschirm. Und dann fällt mir auf, dass... Ich find das komisch, wenn ich da oben ein bisschen annimmt, und dann muss ich runtergucken. Hier reinkommt. Ich find das halt so. Da. Und deswegen schon irgendwie leuchten würde, oder so. Dass ich mich auf irgendwas... Das ist komisch. Start jetzt einfach. Wiste! Was machen wir? Ich hatte vergessen! Ach! Du hast weg 500. Du musst lugares achten! Du musst dich verdecken wenn du das trinkst. Für dich? Oh my god. Oh my god! Oh my god. Es ist drauf! der Velocity Prey Damage gemacht hat Ich muss erst mal einen Maxi dran gehen, das ist schon zu viel für mich Er ist so fucked, ich bin so fucked, ich hab keinen Maxi dran dabei Wo ist der? Magst du einen geben? Nee auf gar keinen Fall, also den brauche ich wenn ich sterbe Du wichser, ich hab 100 Arme Die getötet vom Bilddunstdruck Oh, oh, der stagert der Schirr Entwähl für mich Okay, das war meins Alter, euer Gott Ich will nicht wissen, ich will nicht wissen Der drückt weiter, der Velocity Das war low, das war echt schlecht Aber der Velocity kann im Gegensatz zu den jetzigen, also Groß Chuggi, Groß Buggy und so den Bodycheck nicht Weil der Bodycheck ist ja so ziemlich... Ja, die Vier sind eigentlich echt Opfer Aber ich hab trotzdem... Wer hat das mal gespielt? Meine Kursine, ich glaub Ich bin bei meinem ersten Geodrome angestanden Aber ich hab's euch dich mal da nicht Oh, jetzt vergib den Oh, jetzt geht er... jetzt geht's... Rapide runterfielen Was? Bist du mich troll? Hier kommt der Zweite Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht Gut Game Empire Ja, okay, dann... Ich bin ja alles easy going Das ist wahrscheinlich deine Waffe, die macht wahrscheinlich voll viel Schaden Wie viel Schaden hat die? Ich glaube... 100 Schaden hat die... Ja, okay, meine auch... Meine auch... Weiß nicht, 300 Vielleicht sind die ja echt Opfer, die... Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr erinnern Das ist auch nicht dabei Aber ich weiß, dass alle andere Vier ziemlich viel Schaden machen Ich... Ich will ein Tigrex machen, ey Tigrex ist der Hit Ja, jetzt kommt... Jetzt kommt High-Rank Tigrex Der macht dich sowas an Two-Hits Der wird dich einmal über den Haufen Dann schmeißt er dir noch einen Drackballen ins Gesicht und dann bist du tot Ja, Mann, Tigrex ist aber schon cool, das Vieck Wo bist denn der? Ich werde dich eliminieren Nice! Okay 1,9 auf kurz Was? Aber halt echte Plus-Sachen Das habe ich jetzt echter Dauer hatte Nee, auch nicht Außer wir sind einfach echt so... Skill Wir sind einfach so gut Das... Ja, und wir halten ja immer noch den Youtube-Rekord auf... Rote Fatalis Und unser erstes Video auf dem Kanal ist ein Youtube-Rekord Wenn wir noch keine schnellere Zeit gefunden Es wird zwar easy schneller gehen, aber... Wenn uns einer rausfordert, dann machen wir es nochmal Ja, ja, ja Wir waren ja zu viert, ja, da waren wir zu viert, gell Aber wir können es ja gar nicht mehr zu viert, weil du keine PSP haschen Nimm mal Adam sagen Nimm mal Adam Wir sind ja nur genügend im Umlauf Ja, gell Oder Freddy fragt noch mal, ob wir die einen Tag ausladen können Ja, der hat auch mal nicht die Hunde Ich habe ihn gezwungen, dass er das kaufen muss Das ist ja auch das beste PSP-Spiel Ja, habe ich ihm auch gesagt Ja, ne der rote Fatalis ist ja Verbesserbar Allein von der Armbrust her Da gibt es ja Armbrust, die genau das gleiche schießen kann, aber nur 35 mehr Grundschaden hat oder so Und wenn alle vier Leute dann 35 mehr Grundschaden haben, Alter Das geht ab Das geht ab Das geht ab Zack, 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 alles in der Box Ja, das Strobe der alten Cheater hat natürlich viel, äh, ziemlich viel Geld hier, ne Ich nett man, das ist das einzige was ich nicht übernommen hab Oder, ich hab auf dem Account fast voll wenig cheatet Außer dass ich einen Erkannterbogen hab Wo kommt der her, ey? Keine Ahnung Aber es bringt mir ja nix Nein, ich hab Speichern drückt Brainer auf K Ich hab Speichern drückt Schade, tut mir leid, der zweite Part endet leider so wie der erste Aber, ja Macht nix, ist ja schon Ich, du darfst es ruhig vergessen Es ist ja immerhin schon 35 Minuten her Jetzt könntest du es doppelt sehen Hier und auf dem großen Bildschirm Wie es sich aufgängt Ich bin so dumm Ja Schade, kann man wohl nix machen Ich seh grad, ich hab nur einen Balken Das Ladekabel liegt hier irgendwo Gut Ja Okay Also Tschüss Danke fürs Zuschauen Pech